Ich hoffe, das Spiel ist okay. Ich halte meine Hand auf dem Talk-Milchschirm. So. Wann kommst du wieder raus? Um sechs? Soll ich dich wieder abholen? Ja, ja, wenn... Ja, hol mich gerne ab. Hol mich gerne ab. Was? Als ob. Ich werde doch schon stinkbesoffen sein. Aber ich halte dir ein Bier warm. Viel Spaß, tschüss! Ist es zu laut gerade bei euch wieder? Gibt's hier Options? VHS... Ah, ich mach so, ne? Ah, Freundin haut jetzt ab und wir müssen halt arbeiten. Nachts an der Tanke. Ich hol mal kurz die Effekte durch. PSX, VHS... Okay, gibt nur die beiden. So. Icebox, nix drin. So, wir arbeiten im Quick-Markt. Ihr kennt ihn bestimmt. Äh, Car. Katz must be working tonight. Okay, Katz arbeitet heute Abend. Hier ist die Mülltonne. Da ist nix drin. Okay, gut. Ich schau mich nur schon mal um. Na, und Katz, wie geht's dir? Das ist Katz. Unser internationaler Freund. Seine Mutter heißt Maus. Power Drill Massaker. Da. Insert a coin. Da sieh. Warum ist das so laut? Okay, ich muss aufhören. Links oben bitte CRT ausschalten. Achso, hier. Ja, ist besser. Wir lassen's so, ne? Ich hole mal mit VHS-Look. Aber ich mach, ich mach, ich mach aus. Weil das sieht schon, sieht trotzdem cool aus. Das sieht Playstation genug aus hier. So. Donuts. Mh, leckere Donuts. Ja, die sind schon den ganzen Tag hier. Die will keiner essen. Ne Mikrowelle. Können wir uns nachher ne Katze warm machen. Hier sind noch... Ah, Pornomagazine. Okay, gut zu wissen. Wundert mich hier nicht. Kekse. Hier gibt's Bier. Power Drill Massaker. Okay. Ist mir ein bisschen zu laut das Spiel. Ich hab, ähm... Ich hab ein bisschen Bammeln, dass das Spiel vielleicht doch zu laut wird für uns alle. Soundtechnisch sind die auf jeden Fall alle gut abgemischt. So, okay. Katz. Dich mein ich nicht mehr in der Mikrowelle, ne? Ich... Der heißt nur Katz. So, hurry up and punch in. I've got a hot date today. Was? Der hat ein Date? Mit wem? Als ob du kennst, was? Hast den... Hast den hier, äh... Hast den Boden gewischt? Sorry, dude, I was too busy. Am Arsch. Okay. I can't find the keys anywhere. The bathrooms are locked up. Also, wir müssen... Wenn wir aufs Klo müssen, müssen wir hinter... Hinters, äh... Hinterm Mülleimer gehen. Ja. Liebreizend. We should try it sometime. Okay. Träumchen. Wir sollen einstempeln und dann geht's los. Wo stempel ich denn ein? Ich hab gedacht... Hinterm Tresen. Wahrscheinlich im Büro. Im Büro. Oh nein. Worin erinnert mich das? Worin erinnert mich das nur? Okay, ich kann die Kameras nicht benutzen. Ich kann die nur ansehen. Ich kann ranzoomen, aber ich kann die nicht benutzen. Produkte. Okay, gut. Ehrlich gesagt, ich will nicht einstempeln. Achso. Timecard. Oh oh. Da fährt er weg. Okay. Cash register. I can sell anything. Was? I can sell anything. I can put the money in here. Okay, wir wollen was verkaufen. Hier sind Hotdogs. Aber wir haben keine Hotdogs. Was? Achso, ich hab aufgehört zu rauchen. Zigaretten. Nix interessantes. Motoröl. Bier. Kommt das Bier hier hinten rein? Was mach ich mit dem Bier? Ich mein, trinken, klar. Aber es lag hier die ganze Zeit im Korb. Motoröl. Gas Pump Controller. Das. Sieht ein bisschen komplexer aus als die anderen Spiele, ne? Gut. Ähm. Ja. Wo ist denn... Wo ist denn die Liste, die wir machen sollen? Hier. Hey, Guys. Sorry, the phone line isn't fixed. Ja, natürlich. Hast jeder Wundes tot. Ähm. Was? To be with me until the repair guy comes. Don't worry. I'm not expecting any emergencies. I need the guys to do a better job. Äh. Was? On side work during your shift. I'm expecting was. Sweep the floors. Place items that were purchased. Back in the... Clean the bathrooms. Okay. Okay, die Sachen, die nicht gekauft wurden. Itos. Hier. Aber hier sind doch die Itos. Wie, wie packe ich die zurück? Die sind doch hier. Nee, E ist... Äh. Okay. Äh. Ich weiß nicht genau, wie ich die zurückpacke. Hier hab ich noch ein Bier. Locke. Okay, das Bier hab ich zurückgepackt. Cool. Äh, hier ist noch Gas. Soda Fridge. Was war'n das nochmal? Ist ganz schön kalt gerade. Ach, hier sind die Itos. Guck mal. Okay. Klups. Äh. Car Accessoires. So, haben wir gemacht. Da muss ich noch den Boden wischen. Keine Kunden, keine Kunden. Ich wisch mal eben den Boden, ne? Wenn ich da irgendwas hinkriege. Gut. Wo ist denn... Da ist der. Okay. Nein, falsch. Okay. Wahnsinn. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Shuttle Explodes! Juhu. La 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 So, will jemand irgendwas? Wollt ihr irgendwas kaufen? Hier bei mir im Lädchen, ich hab alles da, wenn ihr was braucht und so, sagt Bescheid, falls euch heute Abend was fehlt beim Streamen Ich verkaufe euch hier alles Hier sind Chips, Cracker und so, alles Ist alles da So, Hot Dogs Gut, die Hot Dogs sind vielleicht alle Außer Hot Dogs hab ich alles da Corona-Bier ist fast ausverkauft Könnt ihr euch noch gönnen? Momentan Limited Edition Das Bier geht viral Klopapier haben wir auf jeden Fall, Klopapier haben wir auch noch da Hier kaufen die Leute nicht so viel So, eine Palette Mehl bitte So, Desinfektionsmittel Oh, da kommt, da kommt Kundschaft Okay Kann ich das Ding nicht runter? Was? Ah, hab ich runter gemacht Okay Na, wens Na, wens Can you give me 10 Dollar on pump? Five? Thanks Hab ich das richtig gemacht? Tobi ist auch wieder da Tobi ist auch wieder da Hat ich das richtig gemacht? Ach, naja Sooo Lalalalalala Lalalala Ich mach hier weiter sauber, ne? 10 Dollar um LKW zu tanken Ist ja ein altes Spiel Das ist aus den 80ern Ähm, also das spielt in den 80ern Ist gar kein Problem Also da haben 10 Dollar locker gereicht Sooo Fritz Cola, will jemand Fritz Cola? Hab ich schon erzählt? Fritz Cola, äh Habt, also habt ihr was gegen Fritz Cola? Oder mögt ihr Fritz Cola? Ich frag mal Ich mag Fritz Cola, das ist schon mal ganz gut Ja, cool, cool, cool Ähm Okay Weil, äh Fritz Cola hatte gefragt Wegen Ob die mir nicht ab und zu mal Knickknack was zuschieben sollen für den Stream Ich hab gedacht, bevor ich jetzt die andere Cola trinke Kann ich auch Fritz Cola trinken Weil wir die bei Friendly Fire zum Beispiel auch immer haben Fand die Idee nicht so schlecht Sooo Und die haben auch glaube ich 30.000 Marken Also 30.000, äh, Geschmacksrichtungen, ne? Hm Ja, ich mein im Grunde genommen, es stört ja nicht, ne? Ich trinke ja nur Also ich trinke so oder so im Stream Ist euch noch nie aufgefallen? Ist euch noch nie aufgefallen? Aber ich trinke im Stream Was ist das? Ich kann in den Raum gucken Sooo Oh, da kommt jemand, alles klar Ich mach, ich geh wieder rein Das ist ein Mörder Wir haben natürlich nichts um uns zu wehren Ähm 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 Das ist wirklich ein Mörder Ähm Das wird unangenehm Oh, wird das unangenehm Der wollte echt die Lage abchecken, ne? Angeblich park da noch ein Auto Aber das stimmt ja so Aber das stimmt ja so nicht Ich glaub die Kameras sind nutzlos Lass mich raten, gleich geht da Strom aus Okay, das ist grad nicht so geil Ich hör den immer noch Mikrowelle öffnen geht nicht Ist auch keine Katze drin Der ist wohl schon wieder regulär Der ist wohl schon wieder regulär Aber der Van grad Ähm Okay Da, 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 da Abend Ich grüße Sie Ähm Kann ich Ihnen helfen? Zigaretten Äh Welche Marke denn? Ah Banshee Red Mit Filtern Die Banshee Red Mit Filtern Hm, da sind sie Bitteschön Oh, hey Can I use the bathroom? Kann ich leider nicht öffnen Ah, merkwürdig Viel Glück Dankeschön Du magst solche Spiele? Ich hasse solche Spiele Es ist Freitag der 13. Ich werde gezwungen Von der Allgemeinheit werde ich gezwungen solche Spiele zu spielen Ich will das nicht spielen Und ich finde das super unangenehm hier grad Und mit dem Van der grad vorbeigefahren ist Ich hasse das, der kommt bestimmt gleich wieder Was war das dritte auf der Liste? Damit wir wenigstens, wenn wir sterben Dann wenigstens als fleißiger Arbeitender Clean the bathrooms Aber da geht's doch grad gar nicht rein Ich komme ja nicht in die Bathrooms, oder? Spiel an Kombini Ja, das ist ne, das ist ne Tankstelle diesmal Diesmal ist ne Tankstelle Ähm 100 pro kommt der Van gleich wieder 100 pro Ja Also ich komme da halt nicht rein, ne? Wir haben zwei Kühlräume Das ist manchmal ein bisschen verwirrend So Shuttle explodes Nothing special Shuttle explodes Nothing special Ich lese mal ein Porno Ich lese mal ein Porno Hier, sieht man ja schon Eindeutig Pornos Ja, doch, sieht man So, hier so nen alten Kaugummi Da haben wir letzte Woche drüber geredet Overleven Feuer 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 Ich hab keine Knarre oder so hier, ne? Also wir können, wir können, wir können uns ja nicht mehr wehren. Ich fühl mich sehr unwohl. Das Spiel macht's aber nicht besser. Das Spiel ist auch viel zu übersteuert, dieser Spielautomat. Ne, den Besen haben wir auch nicht mehr, der Besen ist weg. Ich kann nicht mal den Besen nehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie soll ich denn das Klo reinigen? Raus kann ich nicht, da sind keine Toiletten und hier die Tür hinten krieg ich nicht auf. Ich vermute mal, dass das hier das Klo ist, ne? Aber irgendwie krieg ich einfach nicht auf und hab leider auch... Hier ist noch ein Telefon, das kann ich aber nicht benutzen. Wo geht's denn, wo geht's denn da oben hin? Was, wo geht's denn da hin? Da ist das Badezimmer. Aber wie kommen wir denn da rein? Hä? Ja, ja, ich komm nicht raus. I can't leave the store. Also ich kann das Klo nicht sauber machen. Merkwürdig. Oh, das geht aber. Wir können's verstecken, das ist schon mal ganz gut. Okay, springen können wir, das ist toll. Das können wir vorher nicht, glaub ich. Und hier. Keeps it cold in here. Okay. Ähm. Doch, gewischt. Wir haben, wir haben alles gewischt. Wir haben sogar so sehr alles gewischt, dass der Mob weg ist einfach. Der ist quasi despawned. Okay, so komm ich auch hier drauf. Soll ich den Schlüssel vielleicht suchen? Selber? Irgendwie? Oder irgendwo finden? Ist da irgendwo ein Schlüssel drin? Safe. All the money we have. Okay, das ist ja beruhigend. Taschenlampe habe ich nicht diesmal. Phone. It's dead. Kamera. Kann ich auch nicht aktivieren, die Kameras. Und ich sehe auch nicht, ob da irgendwas drin ist. Hm. Produkts. Produkts. Solange hier niemand kommt, bin ich beruhigt. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Wie zum Beispiel, äh, wir müssen wahrscheinlich den Schlüssel finden. I've already punched in. Ich will auspunchen, Mann. Ich will hier nicht sein. Ich will abhauen. Bleib mir in Ruhe. Das mit den Schubladen gibt mir ja zu denken, ob wir da irgendwas übersehen. Ne, ne? Man sieht aber auch nix. Licht anmachen geht hier auch nicht, ne? Türschloss aufgemacht. Warte. Ne. Was? Oh, Customer. Tobi. 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 Es ist der russische Tobi. Ne, hinten ist mein Kollege noch. Ähm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hat kein Auto hier, ne? Ich guck mal genau dahin. Er hat Handschuhe an. Das ist immer ein gutes Zeichen. Schwarze Handschuhe. Und er beobachtet uns immer. Das ist halt echt ekelhaft. Hör auf und... Hör auf mich an zu gucken. Lalalalalala. Ich guck woanders hin. Aber er dreht sich gleich wieder zu uns hin um, oder? Guck. Der beobachtet uns. Der wird wahrscheinlich gleich... Ich dachte er geht gleich durch die Tür. Okay. Er hat sich für Bier entschieden. Bitte schlag mich damit nicht nieder. Okay. Cool. Dankeschön. Wiedersehen. Töte ihn zur Vorsicht. Oh, wie unangenehm. Das war gerade ein wenig unangenehm. Und jetzt werden wir getötet, weil wir gelogen haben, oder? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Und da ist auch nix drin. Und wir müssen das Klo reinigen. Was? Vielleicht sind wir einfach sehr schön, deshalb guckt er so. Das kann natürlich sein. Er hat die Lage gecheckt, er kommt wieder. 100 pro ist das genau so gewesen. 100 pro hat er die Lage gecheckt. 100. Der kommt bestimmt gleich wieder mit seinem Van rum. Der süße Junge. Das Minigame würde ich spielen, aber das ist mir zu laut ehrlich gesagt. Das ist viel zu, viel zu, viel zu krass. Äh. Ähm. Wie sollen wir einen Ausdauerbalken? Ihr habt auch gerade eine Tür geholt, ne? Äh, gehört, oder? Ähm. 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 Ich weiß nicht, äh, ich hab das Gefühl, wir haben nicht so lange überlebt. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Oh, Alter. Ja, Spiel Horror Games Gronk, haben sie gesagt. Ja, Horror Games, am Freitag, dem 13. Endlich wieder Horror Games. Oh, mein Auge. Oh, mir ist trähend. Oh. Ja, das war jetzt, äh, das war lustig. So, Anzeige ist raus. Oh. Ja, vielleicht, äh, war ja ne gute Idee heute, oder? War ja ne gute Idee. Na gut. Frieden bei Genose. Oh, Alter. 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 Oh, Alter.